Danke, Frau Präsidentin. Herr Betzner, Sie nehmen das zu ernst, was die FPÖ da vorgeschlagen hat. Aber ich werde mich bemühen, das auch ernst zu nehmen. Es fällt einem nicht leicht, Herr Strache, weil der Finanzierungsvorschlag mit 1% von Leuten, die über 20.000 Euro im Monat verdienen, was haben Sie sich ausgerechnet? Das bringt ungefähr 10 Millionen im Jahr, oder was? Nicht einmal. Also, bitteschön. Das steht nicht in Ihrem dringlichen Antrag, Herr Strache. In Ihrem dringlichen Antrag steht, alle Maßnahmen zusätzlicher Abgaben zu unterlassen, mit Ausnahme der einen, nämlich für diese Leute mit 20.000 Monatseinkommen plus. Die sollen 1% mehr zahlen. Okay, warum nicht? Bringt 10 Millionen. Gleichzeitig, sagen Sie, die Senkung der Abgabenquote von 43% derzeit auf maximal 39% ist angezeigt. Wie viele Milliarden Euro sind das, Herr Strache? Ja, Sie haben den Antrag gestellt. Ich habe angenommen, dass Sie sich überlegt haben, wie viele Milliarden Euro das ungefähr sein könnten. Sind es 4 Millionen Euro, oder 400, oder 5, oder 12? Ah, der Prüfling will die Frage nicht beantworten. Okay, das gibt es. Das gibt es auf der Universität. Das gibt es auch hier im Hohen Haus. Der Herr Strache möchte die Abgabenquote um 4 Prozentpunkte senken, weiß aber nicht, wie viele Milliarden Abgaben ein Fall das bedeuten würde. Na gut, für andere ist das kein Geheimnis. Sie, aus diesen Reihen habe ich den Zwischenruf schon gehört. Das sind ungefähr 12 Milliarden Euro. 12 Milliarden Euro. Jetzt nehmen wir an, gegen 10 Millionen. Vergessen wir die 10 Millionen, das ist uninteressant. 12 Milliarden Euro. Herr Strache, ich nehme das total ernst. Ich zahle auch nicht gern Steuern, Sie zahlen nicht gern Steuern. Sie wollen 12 Milliarden Abgaben weniger haben. Okay, das ist, wenn man das ernst nimmt, Herr Strache, wenn man das ernst nimmt, und das tue ich jedenfalls für den Moment, ist das klassische neoliberale Politik. Weil die 12 Milliarden, die werden uns fehlen. Die werden uns beim Pflegen. Die Verwaltungsreform. Ich habe ja gewusst, dieses Stichwort kommt. 12 Milliarden jährlich Verwaltungsreform. Genau. Da sind wir schon bei 17 Milliarden Euro. Und bei 10, bei 20. Gut, ich habe ja bei der Vorbereitung gedacht, man könnte das schon ernst nehmen und durchspielen. Weil, wenn man es nämlich nicht ernst nimmt, dann gibt es nur eine Antwort. Das ist nicht neoliberale Politik, das ist reine Voodoo-Politik. Und Sie mit Ihren Zwischenrufen bestätigen mir jetzt, das ist Voodoo. Daran glaubt man in bestimmten Kanarischen Inseln in der Karibik? Gar nicht. Gar nicht. Na, überhaupt nicht. Ich sage nur, die 12 Milliarden werden uns fehlen. In der Arbeitslosenversicherung, beim Pflegegeld, bei den Kindergärten, bei den Schulen, bei den Universitäten, beim Militär, bei der Polizei. In allen öffentlichen Ausgaben, 12 Milliarden Euro. Für die Universitäten geben wir derzeit ein bisschen mehr als 2 Milliarden Euro aus. Ja, die 12 Milliarden können wir schon einsparen. Das machen wir als Privat. Gesundheitsreform, Selbstbehalte, Selbstbehalte, Selbstbehalte. Öffentliche Universitäten, wozu? Die Kinder gutverdienender Rechtsanwälte aus den Reihen der FPÖ können sich auch eine Privatuniversität mit entsprechenden Studiengebühren leisten. Warum denn nicht? Aber stehen Sie dann dazu? Sagen Sie, ja, wir sind die neoliberale Lobby der Reichen in Österreich. Das geht schon. Dann machen wir Abgabenquote 4 Prozent Minus. Die Privaten ersparen sich 12 Milliarden. Wir müssen nur dazu sagen, welche Privaten. Das sind nicht die, die die Kindergärten gerne gratis haben wollten. Das sind die, die sich auch den kostspieligsten Privaten leichen können. Wenn das Ihre Klientel ist, bitte sehr. Aber dann sind Sie ehrlich. Tun Sie nicht so, als wären Sie die Lobby des kleinen Mannes. Das ist ja nicht wahr. Das geht einfach nicht zusammen. Herr Strache, Sie haben nicht gewusst, wie viel 1 Prozent Steuer, 1 Prozent des BIP-Steueraufkommunisten sind. Das sind rund 3 Milliarden. Sie haben nicht gewusst, dass mal 4, dass 12 Milliarden sind. Und dann kommen Sie mit der Verwaltungsreform. Ich habe einen Nachteil Ihnen gegenüber. Aber manchmal ist es ja ein Vorteil. Ich bin eine Spur älter als Sie. Wissen Sie, seit wie vielen Jahrzehnten mich das Gerede über die Verwaltungsreform begleitet? Ja, ja. Schauen Sie. Die ehrgeizigsten Vorgaben, Herr Stadler, können Sie sich erinnern, was die ehrgeizigsten Aussagen über die Verwaltungsreform waren? Waren das nicht 50 Milliarden Schilling? Ja, ja. Das ist das, was Sie sagen. Ja, ja. Ja, ja. Ehe, dafür. Was weiß ich, die Schulräte, wie sie alle heißen und die Schulinspektoren. Was tun die den ganzen Tag? Da gibt es viel Einsparungspotenzial. Eine Föderalismusdiskussion, die den Namen verdient. Na klar. Jede Bundesregierung noch, ob sie eine Zweidrittelmehrheit hatte oder nicht, hat das versäumt. Aber zwölf Milliarden Euro, Herr Strache. Okay. So überheblich. Die Beherrschung der Arithmetik, Herr Kollege, die Beherrschung der Arithmetik ist keine Frage der Überheblichkeit, hätte ich gedacht. Es gibt, weil Sie es erwähnt haben. Es gibt irgendwie so bestimmte Dinge, für die rechte Parteien offenbar besonders empfänglich sind. Da gibt es so Punkte, wo man schon sagen muss, wenn sich eine triviale Erkenntnis paart mit Dummheit in der Interpretation, jetzt meine ich nicht Sie, sondern ganz allgemein, dann gibt es in der Regel Kollateralschäden in der Anwendung. Die Laffer-Kurve, Herr Kollege. Die Laffer-Kurve. Der Herr Laffer war, ich weiß nicht, ein glücklicher oder unglücklicher Mensch, keine Ahnung, ein unbedeutender Professor irgendwie im Westen der USA, nehme ich an, der das Glück oder das Pech hatte, bekannt zu werden, zur Zeit der Reagan-Administration, wo irgendein missgeleiteter Funktionär die Idee einer Laffer-Kurve, sagen wir mal, interpretiert hat in einer Weise, die sich leider in der Realität dann nicht widergespiegelt hat. Die Vorstellung, dass Steuersätze etwas zu tun haben mit Steuerwiderstand, ist trivial. Die Vorstellung, dass sagen wir, wenn die Einkommensteuer in Österreich 90 Prozent betragen würde und nicht mit einem Höchsteuersatz von 50 oder 43, wie wir vorhin gehört haben, das ist auch trivial. Dass es Steuersätze gibt, die so hoch sind, dass wenn man sie senken würde, das Steueraufkommen steigt, das ist trivial. Nicht trivial ist die Frage, wo dieser Punkt ist. Und die Reagan-Administration, offenbar genau wie eine bestimmte Fraktion in diesem, unserem Hause, die, ah, die Reagan-Administration war in dem Punkt der Folge, ja, super, ja, die haben das wörtlich genommen und haben die ohnehin schon niedrigen Steuersätze für hohe und höchste Einkommen in den USA weiter gesenkt in der Erwartung, das Steueraufkommen wird zunehmen. Na, passiert ist das Gegenteil. Reagan hat unfreiwillig reine kensianische Politik betrieben, das Steueraufkommen ist gesunken, das war, das ist nicht richtig, Herr Kollege, Herr Kollege, das ist schon 30 Jahre her oder wie lang, wann hat der Reagan regiert, 1980 oder wann, wie groß waren Sie da, so oder so, aber ich war schon relativ ausgewachsen zu der Zeit. Ich kann mich schon ganz gut noch an diese Zeit erinnern, ich mache Ihnen gar keinen Vorwurf, dass Sie sich nicht erinnern können. Okay, okay. Also, Vorsicht, Vorsicht bei der Anwendung, bei der praktischen Anwendung von FPÖ-Grundsätzen in der Steuerpolitik. Dafür sind diese Fragen zu heikel, Herr Strache. Aber ich danke Ihnen sehr für das Vergnügen, das ich heute hatte. Dankeschön. Applaus